Das fehlt dir damit doch. Welche? Die? Oh, sehr schön. Oh, ich muss noch mehr von den Scheiß-Türmen bauen später. Ach, komm. Darüber, dann muss ich da noch welche Nice setzen, so zwei, drei Stück. Oh. Also, wie langweilig ist, oder wer das jetzt gerade so wegen langweilig findet, oder allgemein langweilig findet, der kann da jetzt mal ein Video vorschmulen, oder so, oder ich weiß nicht, wie weit genau. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das schneide. Also, geil, jetzt bin ich total müde, wie vorhin nicht, ne? Ja. Vorhin natürlich nicht, nein, da haut mir Frebs das Störgerät rein. Störgerät, ja. Störgeräusch. Oder Soundcard, oder mein Netzwerkcard, oder was weiß ich. Irgendwas hat mir auf jeden Fall Störgerät rein. Störgerät, ja. Störgeräusch. Reinkaut. Und jetzt gehe ich die ganze Zeit. Geil. Was kommt als nächstes? Stürzt ab? Also, nein, sind Müll. Sie können leider alles nochmal neu aufnehmen. Ha, ha, ha. Leck mich. Wie hier, wenn. Und was ist das? Stein? Kann ich den kaputt schießen? Nein. Geht nicht, geht nicht. Oh, wir sind zu langsam, Bär. Oh, Mann. Na, Mann, greife ich an. Nein, 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 nein. Ich lasse noch die Türme bauen. Ich will die Türme bauen, die Türme bauen. Jetzt fällt mir kein Lied mit Türmen ein. Der Herr der Ringe, die zwei Türme. Nein, Moment, der jetzt ist schlecht so. Der war jetzt echt schlecht. Versteht keiner. Musst ihr verstehen und vergessen, was ich gerade gesagt habe. Hört mir eh keiner zu. Oh, komm, wir fertig. Oh, ich hasse es. Das ist was, was ich an Strategiespielen hasse. Man muss immer so warten, bis die Einheiten fertig sind. Oh. Kommt schon abgeschlossen. Will ich denn? Oh, wie. Und. Nein, das nicht. Wir wollen Turm bauen. Turm. Fällt mir ein, haben wir noch Videos. Ja, wir haben noch Videos. Wir wollen komm schon abgeschlossen. Unser Turm. So sieht ein Turm aus, Kinder. Wenn ihr einen Nachbarn wollt, so müsst ihr den bauen. Genau so. Ja, ein Stahlturm mit Maschinengewehr. Greift automatisch Ziele, 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 Ziele in Sensorreichweite an. Verteilungsstärke niedrig. Einfach ausgedrückt, es ist Müll. Ich baue diesen Müll. In großen Mengen. Ich will keinen Kommentar über meine Spielweise hören. Die ist recht, äh, äh. Individuell, ja genau. Das ist das richtige Wort dafür. Ich spiele auf eine ganz persönliche, individuelle, künstlerische Art und Weise. Den setze ich mal da hin. Und wer ist endlich mal fertig, mein Gehirn? Ja, das ist eine schöne Sache. Und ich sollte aufhören, dauernd zu gehen. Und wir brauchen drei. Und setzen den Punkt dann, da rüber. Eins, zwei, drei. Und welche Konstruktion wurde denn jetzt abgeschlossen? Die da, okay. Ruhig. Konstruktion abgeschlossen. Und welcher denn? Die da. Dann bauen wir, bauen wir auch einen Turm. Und zwar dahin. Wahrscheinlich in dritten oder vierten Mission oder irgendwann, wenn wir da wieder hinkommen, kommen wahrscheinlich dann gleich mal die Mega-Panzer. Und die machen dann erstmal mal den ganzen Turm plack mit Zwischüssen. Und dann ist die Verteiligung im Arsch. Und kann alles nochmal neu bauen. Und, hm. Gibt nichts zu erforschen. Also ist denn inzwischen überhaupt besser Flammenwaffe, oder? Naja. Ich bleib' der Slime im Mg. Das macht zwar nicht ganz viel Schaden, hat aber mehr Reichweite. Und mehr Munition vor allem. Oh, komm. Gleich 40 Minuten. Gut, und das heißt, ich spiel' auch mit Zeitraffer. Oder? Kommst du her, kommst du her. Du hilfst damit. Das waren jetzt alle, oder? Ja. Sollte das da auch wesentlich schneller gehen? Und wir bauen, wir bauen noch einen. Oh Mann. Die ganze Map pflanze ich jetzt voll mit Bäumen. Bäume. Bäume, genau. Ich bau keine Stahltürme mit Maschinengewehren. Ich bau Bäume. Ihr heisst ab sofort Bäume. Lebt damit. Und. Man kann das sogar richtig 3D mäßig anschauen. Yeah. Das hat er beeindruckt, was? Der. Das Spiel war schon einiges modern. Ich kann das Deutsch sprechen. Irgendwie. Oh Mann. Ich glaube, ich soll einen Scheiß da her. Das hört sich doch kein Mensch an. Und oh. Oh ja. Also dann. Ich komm dann in 10 Stunden nochmal. Und sag mal wieder was. Bis dahin. Konstruktion abgeschlossen. Hm. 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 Äh. Da. Ich baue so viel. Ich baue wahrscheinlich viel zu viel. Aber egal. Welche denn. Welche die da. La die da. Bauen wir noch einen. Den bauen wir dann. Da hin. Sollte ausreichen, denke ich. Oder. Ja. Wenn sie denn mal fertig waren. Kann es nicht nur noch um Stunden handeln. Was war dein Defense-R-Commander-Menü. Ich hab kein Commander. So. Eins, zwei, drei. Äh. Vier. Zwei, vier. Müsst reichen. Erstmal. Kann ich später nochmal aufrüsten. Ich hab' das Gefühl. Konstruktion abgeschlossen. Irgendwie überhaupt nicht. Ach komm, wir bauen da auch noch vier. Wenn wir schon übertreiben, dann richtig, oder? Ich werde niemals diese ganze Verteidigungsanlage brauchen. Weil wenn die größere Massen kommen, da haben die Waffen wahrscheinlich eh wieder nix mehr. Soll was so. Sobald man eine akzeptable Menge von einer Einheit bauen kann. Oder ein Gebäudes, Verteidigungsgebäudes, braucht man es nimmer. Oder ist es nutzlos. Oder der Feind hat irgendwas dagegen. Oder schlag mich tot. Oh, Mann. Wider braucht ihr denn für die Scheiß-Türme. Hoffentlich hat das jetzt wieder ein Aufnahmefehler. Sonst muss ich die Mission nochmal spielen. Boah, ich kotze. Hey. Ich hab' Let's Play gestartet. Und spiel' immer und immer wieder die erste Mission. Weil ich Soundprobleme hab. Bis ich es auswendig kann. Konstruktion abgeschlossen. Und ohne eine einzige Einheit nur beschädigt zu bekommen, und sie durchschaffe. Yeah, ich bin so gut. Zeitpunkt mal wieder zu speichern. Exzellenter Zeitpunkt. Was ist das überhaupt? Sind das Schienen? Oder ist es Holz? Straßen? Was weiß ich. Sieht für mich aus wie Schienenreste. Als würde für mich jetzt Sinn ergeben. Konstruktion abgeschlossen. Hm? Boah. Äh. Möcht' ich rauszoomen hier? Ja, ja, ja. Okay. Dann. Ja, stellt euch ruhig hin und lasst euch abschießen. Warum nicht? Kann man die denn auch überfahren? Ja, man kann sie überfahren. Gut, es sind ja nur Cyborgs, ne? Oder irgendwie schwach sind die hier. Okay. Jetzt ist die ganze Basis. Erstmal die Luftflug. Yeah. Ah, das sind die ganzen Ränge, die man haben kann. Also, der Niedigste ist Anfänger. Dann kommt neuer.